Nach seinem Treffer zum 2 zu 2 im Stand gegen Borussia Dortmund hat Claudio Pissarro den Fans von Werder Bremen Hoffnung auf die Fortsetzung seiner Karriere gemacht. Ich habe immer noch Lust, Fußball zu spielen, sagte der 40-Jährige nach der Partie des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga bei Sky lächelnd. Ich werde in den nächsten Wochen mit dem Verein sprechen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht, Pissarro hatte in der 75. Minute zum Ausgleich für Werder getroffen und war nach der Partie von den Bremer Fans mit lauten Sprechchören gefeiert worden. Der Peruaner absolvierte in seiner langen Karriere inzwischen 299 Pflichtspiele für die Grün-Weißen und erzielte dabei 150 Tore. Let's block it's, why?